Ich war 1984 aus Amerika nach Deutschland gekommen und ich habe einen deutschen Mann geheiratet. Im selben Jahr brachte ich unseren Sohn Mark auf die Welt. Mark war geboren mit nur einer Herzkammer und der Arzt sagte mir, lassen Sie Ihren Sohn sterben. Und ab dann beginnt meine Geschichte. Ohne zu wissen, wie die Zukunft aussehen würde, verbrachte ich 20 Stunden Tag und Nacht im Krankenhaus und pflegte meinen Sohn. Ich liebte ihn und ich pflanzte ihm den Willen zu leben ein. Die Tage gingen vorbei und Mark starb nicht. Dies ist eine Geschichte über die Liebe, den Glauben und den Mut und die Kraft, die in uns alle steckt. Weil das, was ich erlebt habe, so außergewöhnlich war, habe ich meine Geschichte aufgeschrieben, um anderen zu helfen, sich den eigenen Problemen zu stellen. Wir alle suchen nach inspirierenden Geschichten über Glaube und Hoffnung. Insbesondere, wenn unser Mut auf dem Prüfstand steht. Ich möchte Menschen ermutigen, niemals unter keinen Umständen aufzugeben. Und das ist das Herz aller Dinge. Das Herz übernimmt's Schnell ist, wir sprühen. Vielen Dank.